Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vieles hat sich im Laufe dieses Jahres bei uns verändert. Sogar die Berufskleider des Personal in unseren Läden wurden schöner und moderner, wie Sie an dieser Bluse sehen, die ich heute noch habe. Ab sofort werden Sie also Ihre Kassiererinnen, Ihre Kotmetzger und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den anderen Reihen im charmanten neuen Look antreffen, damit das Einkaufen und das Arbeiten noch mehr Freude macht. Nach den Sommerferien fängt für Tausende Erstklässler bekanntlich der Ernst des Lebens an. Auf die Schule kann man sich aber schon freuen. Wir haben nämlich einiges, das der Schulanfang zum richtigen Erlebnis macht. Schultornister, Rucksäcke und Taschen aus strapazierfähigem Material und hochwertiger Verarbeitung. In lässigen Designs und mit viel Platz für einen Aufbruch in die neue, unbekannte Schulwelt. Extra leichte Turnister, um den Rücken zu schonen. Breite oder polsterte Riemen, die nicht einschneiden. Leuchtstreifen und Reflektoren für mehr Sicherheit, damit man bei jedem Wetter gesehen wird. Trotzdem gilt auf dem Schulweg natürlich immer noch schauen, hören und erst dann laufen. Ebenfalls ein Erlebnis sind jede Woche die Rezepte von Armin Amrain. Auch heute können wir wieder auf ihn erzählen. Richtig, es gibt zarte Schigo-Steeke, mariniert auf knackigem Balsamico-Gemüse. Grüezi miteinander. Bevor es so weit ist, darf ich Ihnen noch unseren heutigen Gast vorstellen. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Caroline Rasser. Hallo Caroline. Ich habe Pascal. Caroline, Schulanfang ist heute bei uns ein Thema. Wie sieht das bei euch zu Hause aus? Also bei uns ist das noch kein Thema. Meine Tochter kommt jetzt im August in den zweiten Kindergarten. Und der Schulanfang wird dann für uns ganz sicher nächstes Jahr zum grossen Thema. Bevor du jetzt zum Armin in die Küche gehst, haben wir hier noch die Wettbewerbsfrage für unsere Zuschauer im Studio. Wie schwer ist der ultralichte Schulturnister von Coop? Weniger als ein Kilo, zwei Kilo oder drei Kilo? Die richtige Antwort verraten wir wie immer nach dem Rezept. Die Marinade über die Schigo-Tranche verteilen. Hallo Caroline. Hallo Armin. Und im Kühlschrank mindestens eine Stunde stehen lassen. Während dieser Zeit Saisongemüse rüsten und in Stück schneiden. Grüne Bohnen halbieren oder dritteln und im Salzwasser kurz blanchieren. Eine fein gehackte Zwiebeln im Wok oder in einer grossen Brotpfanne anzudämpfen. Das Gemüse dazugeben und knackig dämpfen. Mit hellem Macchetto Balsamico und wenig Wasser ablöschen. Mit Salz und Pfeffer würzen und leicht einköcheln. Das Fleisch auf jeder Seite kräftig anbraten. Die Hitze reduzieren und ziehen, bis es innen noch leicht rosa ist. Sofort zusammen mit dem Gemüse und mit Western Fries aus dem Backofen anrichten. Das Rezept können Sie wie gewohnt in der Coop-Zeitung in aller Ruhe nochmal nachlesen. Dankeschön, Armin. Wie schwer ist der ultralichte Schultornister aus unserem Sortiment? Wollten wir im Wettbewerb wissen. Die richtige Antwort ist, weniger als ein Kilo. Caroline, darf ich dich bitten, ein Kärtchen zu ziehen? Richtig getippt und mit den Nachtessen im Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock gewonnen hat Frau Alessia Genazzi. Herzliche Gratulation. Herzliche Gratulation. Wir haben hier noch Ihren Preis. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Vielen Dank allen fürs Mitmachen. Und natürlich ganz besonders dir, Caroline, mit diesem Blumenstrauss unserer Blumenabteilung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Am ersten Schultag möchte man gesehen werden, gefallen und auffallen. Gesehen wird man auf jeden Fall mit den Fisher-Price Inliners. Und auf dem heissen Cityblitz. Und gerade noch ein heisser Tipp für Scotty oder der Opa. Coop gehört zu den ersten in der Schweiz, die der neue Gameboy Advanced verkauft. Wer den hat, ist auch in der Pause konzentriert. Nicht verpassen sollten Sie die neue Runde vom Superkart-Spiel mit folgenden Sponsoren. Coop Rahmglacés Tracciatella. Diadermin Reinigungs- und Pflegeprogramm. Pantene Shampoo Classic und Extra Volume. Coop Naturaplan Zitronequark. Und Heinz Hot Chili und Cocktailsauce. Und das ist der super Preis. Ein Audi A2 im Wert von 25'350 Franken. Dazu gibt es 100 mal 10'000 Superpunkte für die Superprämie. Das Mitmachen lohnt sich also. Das war's für heute aus dem Coop Studio. Wir melden uns nach einer Sommerpause und wünschen Ihnen schon jetzt schöne Ferien und eine gute Zeit. Musik 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 Vielen Dank.